NBA 2K25 News, es geht um Breakout. Breakout ist ein neuer Game-Mode und soweit ich das verstanden habe, geht es in Breakout um Offline-Gameplay. Ich habe mich bei dem ganzen Livestream von NBA 2K gefragt, wo ist denn Offline? Es geht immer nur um Online, Online, Competitive, Competitive. Ich parke hier, parke da. Wo ist Offline? In Breakout. Gucken wir mal rein, was Breakout sein soll. Es klingt erstmal cool. Es sieht aus wie ein Monopoly-Feld. Es ist folgendermaßen aufgebaut. Du startest in der Mitte und man kann sich sogar in einem Menü aussuchen, mit welchem Spielmodus man anfangen möchte. Hier ist das Beispiel jetzt, du startest mit Clutch-Time. Sagen wir mal Clutch-Time Offline. Du kannst entweder nach oben gehen. Hier wird dir ein Spielmodus angezeigt, den du spielen musst, um auf das nächste Feld zu kommen. Du kannst nach rechts gehen, da ist ein anderer Spielmodus. Du kannst nach unten gehen, da ist wieder ein anderer Spielmodus. Oder du kannst nach links gehen, da ist dann wieder ein anderer Spielmodus. Du suchst dir aus, in welche Richtung du gehen möchtest, um nach außen zu kommen, so schnell wie möglich. Weil außen, ihr seht es, an der Farbe Gold, Geld, geile Belohnung. Da willst du hinkommen. Du gewinnst das Spiel, drückst dann auf das nächste Feld, wo du hinkommen willst. Quasi wie so ein Puzzle ist das falsche Wort, aber wie so ein Weg, den du dann lang gehen möchtest. Am besten geht man immer straight, links, rechts, hoch, runter. Aber wenn man jetzt dann links einen Weg sieht, den man gar nicht mag, dann muss man halt hoch oder runter gehen. Dann muss man einen kleinen Umweg gehen. Aber an sich ist das doch eine ganz coole Sache. Für wen das vielleicht blöd ist, ist für Leute, die wirklich offline nur einen einzigen Game-Modus spielen wollen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, du bist irgendwie am Rand, bist kurz vor Gelb. Und du kannst aber nur, oder du willst nur Clutch Time oder nur Triple Thread oder was auch immer spielen. Aber dir wird das nicht angezeigt. Das ist schon wieder bescheuert. Ob das dann wirklich so sein wird, weiß ich nicht. So wie es hier in diesem Beispiel aussieht, wird es immer variieren. Das heißt, man hat immer die freie Auswahl und kann sich dann quasi seinen Lieblingsmodus auswählen. Ich hoffe, dass man nicht zu oft das geringere Übel auswählen muss. Aber wie gesagt, das werden wir sehen müssen. So an sich erstmal ganz cool, dass dieses Offline-Gameplay-Menü so spielerisch dargestellt wird. Das war vorher ziemlich monoton. Aber es ist halt so eine andere Erfahrung, die man dann während diesem Offline-Gameplay hat. Ob die Belohnungen geil sind, das werden wir sehen. Ich glaube, wir sollten die Hoffnung da nicht zu hoch schrauben. Weil Offline generell immer so ein bisschen... Als Offline-Spieler wirst du halt nicht so hoch angesehen, wie jemand, der online jeden wegklatscht. Das ist ganz klar. Mal sehen. Es gibt immer viele Leute, die 2K auch sehr gerne Offline spielen, weil sie nicht die Zeit haben, sich da so reinzufuchsen. Die Online-Community in NBA 2K, die ist halt schon relativ tough teilweise. Und deswegen ist es aber schon mal gut, dass Leute nicht für Agendas oder Challenges, zumindest zum aktuellen Stand, in Online reingepresst werden. Wenn hier jetzt Online drin wäre, das wäre eine absolute Katastrophe für manche Leute. Deswegen, so wie das jetzt ist, finde ich das jetzt erstmal ganz cool. Wir gucken uns jetzt nochmal die Infos dazu an. Man darf nicht dreimal verlieren. If you lose three times in a run, you will need to start over. Also wie man das von Clutch Time auch kennt. Man hat, wenn man dreimal verloren hat, wurde man zurückgesetzt. Das ist hier dann auch so. Hier habt ihr auch, das habe ich gerade nicht gesehen, remaining losses. Also wie viele Niederlagen hat man noch übrig? Drei Stück. Je weiter weg man von der Mitte kommt, desto schwieriger wird es. Okay. Das ist es im Großen und Ganzen gewesen. Schreibt mir mal eure Meinung zu dem neuen Modus. Kann man gar nicht sagen. Breakout als neuer Modus ist eine Zusammenfassung von Clutch Time offline, Triple Thread offline und eventuell noch anderen Singleplayer Modi, die man jetzt noch nicht aufgezählt hat. Ich finde aber die Verpackung davon richtig cool und hoffe, dass die wenige Fehler aufweist, dass man immer eine Auswahl zwischen allen Spielmodi hat, damit man wirklich cool vorangehen kann und eine gute Experience hat. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare und schaut euch dieses oder dieses Video an. Für mehr News zu NBA2Cat25 und abonniert den Kanal, wenn du neu bist. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.